Hallo ihr Freunde der Schuppentier und aller sonstigen Exoten. Ich bin René und ihr schaut Terra Serpentis. Heute, wie bereits versprochen, quasi im Anschluss an die letzte Tipps-Folge, will ich euch heute mal erklären, wie man kleine Verletzungen bei einer Schlange selbst behandeln kann. Ja, wir wollen natürlich alle, dass unsere Tiere nicht in so eine Situation kommen, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise verletzen, aber man kann es halt eben manchmal nicht verhindern. Das kann sein, dass ihr ein Tier habt, was nur Lebendfutter frisst und dann vielleicht doch mal gebissen wird. Das kann sein, dass es irgendeine Schwäche im Terrarium gibt, die ihr vielleicht nicht bedacht hattet oder so was. Die Tiere sich dann durch irgendwelche engen Ritzen durchquetschen. Das kann halt eben einfach immer mal passieren, da muss nicht mal jemand irgendwas dafür können. Die Methode, die ich euch jetzt vorstellen möchte, das ist eine, die bei mir sehr gut funktioniert. Ich habe das Problem bisher noch nicht allzu häufig gehabt. Ich habe das bisher zwei, dreimal gehabt. Ich konnte jedes Mal kleinere Verletzungen damit erfolgreich behandeln. Deswegen kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann auch sein, dass andere Methoden bei anderen Leuten genauso gut funktionieren. Ich kann nur sagen, was bei mir definitiv funktioniert. Und vielleicht könnt ihr das ein oder andere mitnehmen, auch wenn ihr natürlich, wir wollen natürlich alle, dass unsere Tiere sich nicht verletzen. Und die wichtigste Vorsorgemaßnahme ist natürlich, dass man aufpasst, dass es erst gar nicht zu so einer Situation kommt. Man kann es manchmal aber eben nicht verhindern. Und wenn ich es nicht verhindern kann, dann sollte ich mir schon Gedanken machen, wie kann ich es denn behandeln, für den Fall, dass sowas mal auftaucht. Und gerade dann, wenn Tierärzte nicht gerade in der Nähe sind, das ist ein Problem, das wir hier zum Beispiel haben, Schlangen verfügen natürlich auch über ein starkes Immunsystem. Also das sollte man auch nie unterschätzen. Man muss nicht wegen jedem Furz zum Arzt dran, meiner Meinung nach. Aber man kann das Immunsystem durchaus unterstützen, indem man die Tiere vergleichsweise steril hält in der Phase, in der diese Verletzungen wieder heilen. Und das wollte ich euch hier nur zeigen. Bei größeren Verletzungen, wirklich richtig ernsthaften Sachen, wo man dann aber auch selbst schon sieht, dass man da nichts mehr machen kann, dann ist es vollkommen klar, dass man natürlich den ersten Gang zu einem wirklich guten Reptilientierarzt macht. Wohlgemerkt, auch an der Stelle nochmal, bringt die Tiere nicht zu irgendeinem Fehltierarzt, der kann euch nicht helfen. Ihr müsst wirklich dann einen Reptilien-Spezialisten an der Hand haben. Zugegeben, es gibt nicht sehr viele Reptilienärzte. Das ist wirklich nur eine Handvoll. Also was ich immer nur empfehlen kann, das ist die Seite vom DGHT, weil der DGHT steht mit Reptilienärzten auch in Verbindung. Wirklich guten Reptilienärzten. Die empfehlen auch nur die Leute weiter, die euch im Zweifelsverlauf wirklich helfen können. Aber in dem Fall betrachten wir hier nicht. Mal davon abgesehen, dass auch kleinere Verletzungen eher etwas sind, was vergleichsweise selten vorkommt. Aber wenn doch mal so etwas sein sollte, in einem Umfang, den ihr selbst auch behandeln könnt, das sind insbesondere kleinere Wunden. Für den Fall will ich euch jetzt einfach hier mal zeigen, was man da theoretisch braucht und was man da im Prinzip machen kann. Ich habe das hier einfach mal so ein bisschen aufgebaut. Vielleicht in Wort dazu noch, es muss relativ, man kann es einfach mal so sagen, relativ spartanisch sein. Also ich meine, natürlich wollen wir im Allgemeinen unsere Terrarien und da, wo unsere Tiere drin leben, auch so aufbauen, dass die Tiere es möglichst gut haben, möglichst viele Verstecker haben. Wir wollen das möglichst schön machen. Das kann man alles komplett wieder vergessen, wenn man es mit einem Tier zu tun hat, was irgendwie verletzt ist. Dann geht es nur um eine einzige Sache. Ihr müsst die Sache so sauber und so steril halten, wie es geht. Der Unterschied zwischen steril und sauber ist dabei ganz wichtig. Sauber ist klar, ihr habt es irgendwie mit einem Latten sauber gemacht, ihr habt jetzt hier irgendwie so etwas hier, so eine Schale oder so etwas. Das Ding jage ich einmal durch den Geschirrspüler, dann ist es sauber. Aber dann ist es noch lange nicht steril. Der Trick bei steril ist ja, dass man zumindest so viele Bakterien, wie es geht, abgetötet hat. Bakterien, Keime, Sporen von Pilzen, was auch immer. Das wollen wir nach aller Möglichkeit weitestgehend abtöten. Die Idee dahinter ist, dass jedes oder jeder dieser Organismen natürlich euer Tier auch belastet. Insbesondere dann, wenn es oder wenn das Immunsystem des Tieres sowieso schon kämpfen muss gegen irgendeine Verletzung. Von daher wollen wir das Immunsystem, soweit es geht, entlasten. Das ist die Idee dahinter, warum es einigermaßen steril sein sollte. Das werden wir nicht ganz schaffen, aber vielleicht werden wir es schaffen, 95% der Keime und Bakterien und Sporen abzutöten. Dann kann man, denke ich, schon mal zufrieden sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich etwas steril mache. Die klassische Möglichkeit ist das Desinfizieren. In einem normalen, handelsüblichen Haushaltsdesinfektionsspray. Grundsätzlich keine schlechte Sache. Das ist so etwas, das funktioniert ja auch bei Menschen. Da steht es im Wesentlichen auch, 99,9% der Bakterien, Pilze. Damit sind natürlich die Sporen gemeint. Oder natürlich auch spezielle Viren. Also sowas wie der HIV-Virus, auch IBD übrigens. Kann man damit abtöten, eine super Sache. Das ist eine Möglichkeit, das Ganze zu machen. Eine andere Möglichkeit, mit der Marcel vorhandlicherweise hinzufügen gestellt, ist, mit Hydrolik. Das hat ja der Bruchhammer auch schon mal in einem Beitrag vorgestellt. Hydrolik, grob gesagt, wenn ihr es nicht kennt. Das ist eine Art hochgereinigtes Wasser. Was ebenfalls diese Fähigkeit hat, Bakterien, Keime etc. abzutöten. Ich kann für meinen Teil definitiv sagen, ich war am Anfang ziemlich skeptisch. Ich weiß, dass es in der Aquaristik seit vielen Jahren verwendet wird. Die Aquarianer sind ganz schön pingelig teilweise. Müssen sie auch sein. Weil wer von euch schon mal ein Aquarium hatte und sich mit Fischen ausgekannt hat. Oder auskennt oder so etwas gemacht hat. Er wird auch wissen, dass wenn man da kleine Fehler macht, dann macht man sich den ganzen Bestand kaputt. Man muss da wirklich höllisch aufpassen. Die Konsequenz daraus ist, dass die Aquarianer eigentlich nur Zeugs benutzen, was wirklich funktioniert und was wirklich gut ist. Das muss man denen einfach wirklich mal anerkennen. Da habe ich manchmal so das Gefühl, da sind sie etwas mehr auf Zack, sage ich jetzt mal, als wir Terrarianer. Weil bei uns läuft vieles über Foren und Hörensagen und es ist leider auch viel Schwachsinn im Umlauf. Muss man leider mal so sagen. Aber die Aquarianer sind da ein bisschen besser vernetzt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie zumindest an vielen Stellen auch fachlich genauer hingucken. Also wenn die etwas anerkennen, eine Methode, dann hat sich das bei denen in aller Regel auch schon x-fach bewährt. Ich habe es einfach etwas vorurteilsfrei, ich habe es einfach mal ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert definitiv. Es funktioniert bei der Wundheilung, das habe ich bei mir selber auch ausprobiert. Ich habe es zur Desinfektion ausprobiert. Ich habe es auch bei meinen Tieren, wenn sie kleine Verletzungen hatten, ausprobiert. Also so kleine Verletzungen, wo das Tier auch so mit klar gekommen wäre. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also so kleine Minibüsse zum Beispiel von Mäusen oder sowas, das stecken die ja ohne Probleme weg. Hydraulik, ich habe es aber einfach mal, wie gesagt, ausprobiert, um einfach mal zu gucken, ob es die Wundheilung tatsächlich beschleunigt. Und ich kann für meinen Teil sagen, ja, das tut es. Also Hydraulik kann man sagen, was man will. Ich kann das nur voll und ganz unterschreiben, was der Stefan damals in dem Video gesagt hat. Es funktioniert auf jeden Fall. Da wollte er nach aller Möglichkeit nicht, dass auch nur die Möglichkeit besteht, dass irgendwelche chemischen Rückstände in die Wunde kommen. Deswegen rate ich dazu, das in dem Fall sein zu lassen. Das ist eine wunderbare Methode, wenn man Terrarien desinfiziert. Funktioniert das wunderbar. Man kann es im Endeffekt noch ausspülen, damit ist auch wieder Rückstand weg. Alles kein Problem. Neben dem Hydraulik gibt es noch eine weitere Möglichkeit, zumindest hier jetzt bei einigen Utensilien. Das geht nicht bei allen. Ihr könnt theoretisch auch mit Hitze desinfizieren bzw. steril machen. Das klappt nicht bei allem. Man kann keine Kunststoffpflanze nehmen, abkochen, dann kann man sich schon denken, was da passieren wird. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn wir jetzt hier bei so einer Porzellan- oder Keramikschale sind. Wenn es nicht zu heiß ist, funktioniert das auch bei so einer Whitebox. Ich würde die natürlich jetzt nicht im Backofen packen oder so, aber was man natürlich machen kann, man kann die durchaus mal in 70 Grad heißes Wasser stellen. Wenn man so ein bisschen Ahnung davon hat, wie Mikroorganismen funktionieren, vereinfacht, ich will es jetzt nicht wieder in so einem 5-Schlüssel-Vortrag erklären, stellt sich ungefähr so vor, dass die chemischen Verbindungen dabei aufreißen durch die Temperatur. Und dadurch sterben im Prinzip alle chemischen Organismen, zumindest eine bestimmte Art von chemischen Organismen, es gibt auch welche, bei denen das anders ist, aber zumindest die, die wir bekämpfen wollen, die sterben dadurch ab. Und zwar alles. Keine Pilze bzw. Sporen, Viren, alles. Deswegen eine wunderbare Möglichkeit. Dasselbe würde ich bei dem Moos auch machen. Das Phanganon-Moos ist ja dafür bekannt, dass es bestimmte antiseptische Enzyme hat. Trotzdem kann man so ein Moos natürlich hier in so einer Schale mit 60-70 Grad heißem Wasser aufbereiten, dann sorgt sich das voll, dann lässt man es ein bisschen abkühlen, bringt es aus und packt es dann in die Whitebox. Die man vorher natürlich auch durch 70 Grad heißes Wasser einigermaßen steril gemacht hat. Dasselbe kann man auch machen bei der Box selber, wo das Tier dann später reinkommt und dort die nächsten Wochen zumindest verbringen wird, so lange bis die Wunde sich wieder sichtbar geschlossen hat, bis sie verheilt ist, was auch immer. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Macht das gerade bei dieser großflächigen Anwendung mit so wenig Chemie wie es geht. Hydraulik, da ist nicht so wirklich viel Chemie. Der Punkt ist einfach nur, es ist halt auch nicht ganz billig, wenn man es großflächig anwendet. Deswegen, ich würde das Phanganon-Moos, ich würde die vergleichsweise einfache Keramikschale, ich weiß, es ist nicht besonders hübsch, aber das Tier sollt ihr erstmal nur trinken, in einem möglichst sterilen Umfeld. Und irgendeine Wetbox, das kann auch was noch einfacheres sein als die hier. Ich habe jetzt einfach mal die hier so exemplarisch genommen, die natürlich einigermaßen Temperatur auch aushält. Wenn ihr euch gleich wegschmeißt, dann habt ihr natürlich ein Problem. Die würde ich wirklich so mit 70 Grad heißem Wasser, so weit wie es geht, steril machen. Dann seid ihr da einigermaßen auf der sicheren Seite. Und dann seid ihr im Grunde bestens ausgestattet. Dass das Tier, was da verletzt ist, dann in der nächsten Zeit hoffentlich nicht allzu lang. Normalerweise dauert das ein, zwei Wochen, dann ist eigentlich alles wieder gut. Je nachdem, wie stark die Verletzung ist. Aber schlagen sind die im Endeffekt auch nicht aus Zucker. In der freien Natur, da halten die wirklich hammerheftige Verletzungen aus. Natürlich wollen wir die bestmöglichen Chancen unseren Tieren bieten. Und im Endeffekt, ich habe es ja schon mal gesagt, das sind eher kleinere Verletzungen. Also bei wirklich ernsthaften Sachen, da würde ich zum Tierarzt gehen. Wenn es kleinere Sachen sind, so etwas könnt ihr ohne Probleme selber behandeln. Da muss man immer so ein bisschen einen Blick für haben. Das Hydraulik könnt ihr trotzdem gebrauchen. Das würde ich direkt benutzen zur Wunddesinfektion. Was sich für mich bewährt hat, ist, dass man das Tier an der Stelle, wahrscheinlich werdet ihr es, je nachdem, wie sehr es an euch gewöhnt ist, wie sehr es sich streubt gegen die Behandlung. Aber das geht halt anders nicht. Man muss die Stelle desinfizieren. Ich würde das etwa zweimal am Tag machen, einmal morgens, einmal abends. Und ansonsten dem Tier wirklich Ruhe gönnen. Also Futtertiere anbieten etc. Da würde ich komplett drauf verzichten. Das hängt erstmal damit zusammen, dass die Futtertiere selbst natürlich wieder Keime in sich haben. Das heißt, ihr habt euch jetzt quasi hier eure keimfreie Barriere aufgebaut. Ihr bringt da irgendwie ein Futtertier rein, meint es gut und dann kriegt ihr doch wieder Keime rein. Eine Schlange muss ja nun nicht so häufig fressen. Also das, was euer Tier vor allem braucht, das ist Ruhe. Die Box ist natürlich ein bisschen primitiv eingerichtet. Nämlich so gut wie gar nicht. Hat eigentlich nur eine kleine Heizmatte. Ich würde es auch ehrlich gesagt so lassen. Ich würde kein Streu rein machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil das Streu selber, selbst das Rapti World Fine, was ja eigentlich ein sehr gutes Streu ist, das klebt natürlich an eurem Tier und klebt natürlich auch an der Wunde. Ihr kriegt wieder Verunreinigungen rein. Und ihr könnt das Streu gar nicht so steril machen. Auch mit Abkochen etc. wird das halt schwierig. Man kann natürlich mit Zeitungen arbeiten. Das ist eine Möglichkeit. Ich würde es aber wirklich ganz primitiv halten. Ich würde einfach die Kunststoffschale komplett so lassen. Das sieht natürlich ein bisschen primitiv aus. Eigentlich möchte man sein Tier auch ein Streu zur Verfügung stellen. Aber in dem Fall, vergesst nicht, das ist eine Ausnahmesituation. Wenn so ein Tier wirklich eine kleine Verletzung hat, dann sollte man versuchen, das Tier so wenig wie möglich zu belasten. Es bleibt ja nun nicht ewig und drei Tage da drin, sondern halt nur die paar Wochen, bis die Verletzung wieder gut abgeheilt ist. Und wenn ihr das Tier dann ein, zweimal am Tag, ich würde es wirklich zweimal am Tag machen mit Hydrolik, noch ein bisschen behandelt an der Wundstelle, ist das die beste Voraussetzung. Was ich definitiv machen würde, bevor ihr jetzt in euer Tier zugreift, macht es so. Einmal kurz Hände desinfizieren, denn euch kann das auch nicht schaden. Und dann könnt ihr an euer Tier ran. Dann könnt ihr das festhalten, könnt halt die Stelle sprühen. Meine Tiere sind relativ stark an mich gewöhnt, da ist das nicht so das Problem. Also, da kann ich auch so rangehen, die sind da nicht so zickig. Aber es wird zumindest keinen Bock haben, sich irgendwie ansprühen zu lassen. Ansonsten, wie gesagt, auch einfach halten, wie es geht. Ganz primitiv, nur eine Wetbox. Ich lasse das jetzt mal, dass ich das hier mal auf, mal komplett fertig mache. Steriles, weitestgehend steriles, mit 70 Grad heißem Wasser, aufgesetztes Fagnumos, ausklingen, natürlich abkühlen lassen, dann rein. Die Schale definitiv einmal durch den Geschirrspüler jagen, dass sie sauber ist. Dann versuchen, weitestgehend mit wirklich 70 Grad heißem Wasser oder sowas steril zu machen. Abkühlen lassen. Ein bisschen Wasser rein. Und dann hier rein, drauf und fertig. Die Abzahl bräuchtet ihr übrigens vielleicht eine etwas stärkere Heizmatte. Ich habe jetzt hier nur so eine 10 Watt Heizmatte. Das ist natürlich eine absolut primitive Konstruktion. Ich habe übrigens, war so ein bisschen symbolisch, dort auch noch so ein bisschen Küchenkrepp daneben gepackt. Weil theoretisch kann man das Tier nämlich auch abtupfen, an der Stelle, wenn man es behandelt und dann desinfiziert mit dem Hydraulik. Das ist kein Problem. Das ist natürlich so eine bisschen primitive Konstruktion, sage ich jetzt mal. Aber vergesst nicht, das Tier befindet sich in einem Ausnahmezustand. Es bleibt ja nicht dauerhaft da drin. Das ist wirklich nur für die erste Zeit, bis eine kleine Verletzung anfängt zu heilen. Ihr schließt damit eine mögliche Infektion, so weit wie es geht, aus. Natürlich auch dann müsst ihr mindestens einmal am Tag drüber gucken. Ihr müsstet schauen, wie ist der Heilungsprozess, geht es dem Tier gut. Man sieht ja, ob die Wunde vernünftig verheilt oder nicht. Ihr müsstet gucken, wie sich das Tier verhält. Zeigt es bestimmte Symptome, dass es sich möglicherweise doch eine bakterielle Infektion geholt hat oder so etwas. Das müsste dann eventuell mit Antibiotika behandelt werden. So etwas sollte in aller Regel ein Tierarzt machen. Das wird euch aber wirklich nur dann passieren, wenn die Verletzungen vergleichsweise ernst sind. Bei Kleinigkeiten, was auch immer das ist, ich sage mal so der Klassiker, ein etwas heftigerer Rattenbiss oder so etwas oder ein etwas heftigerer Mäusebiss, das ist so der Klassiker. Solche Sachen, die kann man relativ einfach behandeln. So eine Wunde heilt auch wirklich extrem schnell, heilt mit dem Hydroliquid wesentlich schneller, muss man einfach mal so sagen. Aber das ist eine Möglichkeit, was man da machen kann und wie man diesen Heilungsprozess unterstützen kann und wie man insbesondere, so weit wie es nur möglich ist, sicher sein kann, dass sich die kleine Wunde nicht zu einer ernsthaften Infektion entwickelt. Trotz allem, ihr müsstet das Tier beobachten, ihr müsstet mindestens einmal am Tag kontrollieren, wie gesagt, die Wunde nochmal desinfizieren. Füttert die Tiere in der Zeit nicht, gebt den Tieren Ruhe, so weit wie es geht. Die brauchen dann einfach ein bisschen Zeit und werden wahrscheinlich die meiste Zeit über eigentlich nur pennen. Die werden auch nicht sehr aktiv sein, weil sie natürlich auch illustrieren, dass sie verletzt sind. Und dann sollte das eigentlich vergleichsweise schnell gehen. Übrigens, ich habe das, weil ich das Problem einfach noch nicht hatte, ich bin mir aber relativ sicher, dass so eine Konstruktion auch dann funktioniert, wenn ihr quasi im Krieg gegen die Milben seid. Weil Milben selber brauchen ja immer eine gewisse Feuchtigkeit. Hier gibt es nicht mal ein Substrat, wo sich Milben potenziell verstecken könnten. Natürlich würde man in dem Fall die Redbox weitestgehend trocken lassen, würde vielleicht sogar noch Zeitungspapier unterlegen, weil das zusätzlich auch nochmal Feuchtigkeit wecken im Zeitungspapier, hat ja in der Oberfläche auch eine leicht desinfizierende Wirkung. Dann wäre das wahrscheinlich, weil ihr habt dann ja auch nicht die Probleme mit einer Verletzung, ihr müsst es nicht ganz so steril halten. Also wenn ihr ein Milbenproblem hättet, dann würde ich eventuell schauen, ob man nicht eventuell mit einem Zeitungspapier vorgeht und dann das Tier ähnlich auf Quarantäne setzt, bis ihr das Problem in den Griff bekommen habt. Wie gesagt, aber ich hatte es noch nicht, das Problem. Ich bin ja immer doch sehr vorsichtig, ich mache mit jedem meiner Tiere immer eine Quarantäne. Also das wäre nur der erste Weg, den ich versuchen würde.